Einen wunderschönen guten Morgen von der 4Fishing Show in Prag. Es ist Donnerstagmorgen, es ist noch recht früh, in zwei Stunden startet der erste Messetag, deswegen ist es noch relativ ruhig hier. Somit habe ich jetzt ein bisschen Zeit euch das Blue Sky näher vorzustellen. Es ist eine riesige Plattform, ist wunderbar zum Angeln, man kann drauf rumlaufen, man hat wahnsinnig viel Platz, es ist stabil ohne Ende. Angetrieben wird es natürlich mit dem FlexDrive, dem Tretantrieb von Jackson Kajak. Der Sitz von Blue Sky ist total bequem. Man hat den riesen Vorteil, dass er sich um 360 Grad drehen lässt. Die Ruderanlage von Blue Sky kann man direkt am Sitz steuern und man hat jede Menge Stauraum. Insgesamt vier Fächer. Sehr gut gelöst ist auch das Ablagesystem für die Routen. Man hat locker Platz für drei Routen, einen Paddel und auch einen Anchor-Stick. Das Blue Sky ist natürlich kein Leichtgewicht, aber es gibt eine perfekte Lösung zum Transport und zwar die bereits installierten Räder. Und jetzt warten wir mal, dass der Startschuss hier bald fällt und dann werde ich euch mal komplett mit durch alle Hallen nehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020